flugzeug hatten wir in diesem abend auch noch nicht finde ich gut also nicht dass wir so lange flugzeug nicht hatten sondern dass wir jetzt flugzeug spielen und damit hallo derseits und wir kommen zurück bei ramo 6 siege was denn jetzt kaputt was denn jetzt kaputt muss schon jemanden auswählen ja musste schon mal auch spiel Wir müssen eine Bombe aufschmieren. Ja du, schön Keller. Naja, ist sauber. Warum fahr ich irgendjemanden bis nach vorne? Wer ist? Oh, Matzi haben sie. Vorsicht, Matzi. Kapkan, gut, den kennen wir schon. Der sucht dich. Warnung, außen. Oh. Ja, Flugzeug sind raus, sondern doof. Manchmal. Türopener ist offen, Hockey. Nein, oh, was? Zu kurz. Also unsere Tür ist auf jeden Fall offen. Hoffentlich kommt hinten jetzt keiner ausgerüstet. Ich hab' nie auf dich geschossen, hab' rechts von dir geschossen. Nein, in der Küche ist... Oh, das war, glaub ich, grad der mit uns unten war geschossen. Ah, hier rechts ist offen, ne? Okay. Jetzt ist... Oh, da kommt die haben aus der Küche gerannt. Küche, Vigil. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Äh? Ich hab' das Nitro nicht gehört, wieso? Wird die da jetzt alle bei der Küche beim Entschärfer gammeln? Komm, markier doch Ubisoft. Die kannst du ja einfach nicht mehr markieren. Warum das denn? Jetzt. Dabei war jetzt eigentlich niemand zu sehen. Oh, jetzt guckt er sich die Drohnen an. Die Kap-Kamina zerklopfen hab' ich auch nicht gemacht. Sehr Kap-Kamina aufmerksam. IQ ohne ihren Sensor. Ohne Phantom. Moment, da stirbt sie durch ne Kap-Kamina. Da links klebt wieder einer. Jetzt kennen die Gegner. Gehen, schaut, wie viel verliert die ja eigentlich? Feind jetzt schon draußen. Wo rennt der denn jetzt hin? So ein Feind draußen. War der unten draußen? Wir sind ja nach unten. Warum? Warum? Oh, das war doch so dumm, Alter. Hatte ihr den Dings da oben nicht gesehen? Ich glaub, ein Gegner war unten draußen, er wollte hin. Ja, aber die ist doch da oben. Da war doch Dings zu sehen. Puls. Die Bomben sichern. Hatte durch die eine Tür beschossen. Ich kümmere mich mal um die Luke. Schattling in Stellung. Keine Sorge mehr wegen der Garantzen. Verreicht jemand in Hause? Weil die ist eigentlich egal. Wand für sich. Achtung. Gut schauen Sie so. Zum Glück sind meine Minen erst mal unsichtbar. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Ich platziere ein AVS. Die Spritze ist aufgetrunken. Nicht in die Schusslinie des Aferns. Es bleiben 10 Sekunden. Moment, bis wohin geht die Wand? Okay. Noch 5 Sekunden. Kontaktkannade. Dann hat man hier schön den Tisch, genau. Bombe vom Gegner entdeckt. Ah, ist die Vorbereitungsphase schon vorbei? Das ist ja blöd. Deckung geben, ich halte Nacht. Ah, hier hat doch noch einer. Was macht ein Bandit da? Der hält Hand. Gott, Glass, Glass, Glass vielleicht. Ah, von außen schießt wer die im Gläs. Boah, die Luke ist auf dem Kacke. Ein Gegner verbleibt. Nicht umbringen, der Amelgläs. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Für dich, nur für dich. Wir hatten jetzt das Scharfschützengewehr gehabt. Ja, die Schott kann von links zu... ... Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Okay, keiner. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kappschrauben. Willkommensmatte haben sie noch, Frau Frost. Angeschossen. Da passt sogar eine Schockdonne durch, so groß ist das Loch hier bei mir. Wobei das nicht Boden hoch, das Loch. Die kann ja nicht springen. Ausrenner, ausrenner. Tür unten ist zu. Vor uns. Oben ist einer. Bestimmt Kappschrauben. Flügeltür ist zu bei mir. Ja, ich habe nur schon ein bisschen angeschossen. Es krabbelt gerade mein Augapfel. Erst mal kratzen. Kann ich die Banner wieder aufmachen? Sag ich nö. Okay. Hier ist Strom drauf. Wir haben nicht EMP-Mann. Schade. Erster Stock. Küchelt jemand. Spezielle Ladung. Abschlusskriege. Erster Stock. Willkommensmatte kaputt. Ah, das ist ein Hologram. Oh, jetzt muss er was machen, der Glass. Muss er vorgehen. Die Mathe ist kaputt. Ja. Ich gucke mal nach hinten. Ich gucke nach oben. Ach, scheiße. Mann, ey, ich hasse das mit Smog und... Ach, was ist das zum Kotzen? Jetzt ist es rüber gesprungen. Hm, die Banner, wo ist die gestillt? Ich werde entdeckt. Richtung... Ich werde immer noch entdeckt, scheiße. Ich gehe weg. Es wird nichts mehr. Kamera beschrieben. Oh, wie gesagt. Gern dich sowieso. Hauptsache ich bin erst mal weg. 15 Sekunden. Willkommensmutter. 10 Sekunden. Eigener Trupp wurde eliminiert. Mit dem Kinn auf die Kante. Nee, bei mir nicht. Ich spiele auch mal. Ich spiele auch mal. Noch zwei Spitznetzrunden. Dann gibt es einen Schokobau. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Äh. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Höses Auge einsatzbereit. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigen sie. Es bleiben noch 10 Sekunden. Sperre scharf gemacht. Abstand halten. Noch 5 Sekunden. Der bestimmt wieder Gnäs. Verteidigen sie. Bombe vom Gegner entdeckt. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Grätscharf gemacht. Tür im Auge behalten. Nur ein kleiner. Ein Gang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Prost. Jetzt wollte ich gerade in die Drohnenkameras gehen. Da kommt der blöde Anruf rein. In der Küche scheint jemand zu sein. Oh. Im Rauch eine Gummine. Das wird. Letzter Anruf. Esch haben sie noch. Esch. Ach gut. Kennen wir schon. Hier ist was los. Oh. Hinten ist niemand mehr. Nein. Es ist hier Torquepi. Und IQ. Ah. Was von da hat die mich gesehen? Oh. Da war ja alles offen. Mission gefährdet. Und ein Entschärfungsgerät wurde platziert. Das war zu viel. Das war zu viel. Das war zu viel. Also bei Flugzeug hast du halt nicht viele Einstiege. Also bei Flugzeug hast du halt nicht viele Einstiege. Klar mehr Einstiege als Möglichkeiten. Alle Türen zum Rausrennen abzudecken. Aber hier gefallen mir Rausrenner am wenigsten. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. 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 Vielen Dank.